Also erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass immerhin ein paar da sind, wenn das nicht ganz leer ist. Ich erzähle euch heute was zu dem Projekt YouPacking for Freedom. Ganz kurz zu meiner Wenigkeit. Ich bin Bonnie Mehring, ich arbeite für die Free Software Foundation Europe. Genau, und ich tue das jetzt auch schon seit einigen Jahren. Da habe ich auch einige unterschiedliche Kampagnen bereits mitbetreut. Aber das aller coolste, was ich bis jetzt machen durfte, ist YouPacking for Freedom. Es ist ein super toller Wettbewerb, wo Jugendliche eigene Projektideen entwickeln dürfen und dafür auch noch Preise bekommen. Und ja, es ist einfach super schön zu sehen, was die ganzen Jugendlichen sich ausdenken, was daraus entsteht und was daraus auch langfristig wachsen kann. Damit ihr ein bisschen mehr über den YouPacking for Freedom Coding Wettbewerb der Free Software Foundation Europe erfahrt, erzähle ich euch heute ein bisschen was dazu. Genau, da fangen wir dann auch schon fast an. Bevor wir anfangen, ganz kurz, das ist einmal unser Logo. Falls ihr das irgendwo nochmal seht, wisst ihr sofort Bescheid. Hier könnt ihr euch anmelden für YouPacking for Freedom. Ich fange auch schon mal an mit, was ist YouPacking for Freedom eigentlich. Ganz kurz, bevor ich anfange mit den ganzen Projekten, die man dafür machen kann, würde ich einmal darüber sprechen, was Hacking in diesem ganzen Kontext bedeutet. Hacking ist für uns ethisch. Es geht nicht darum, dass man in Systeme einbricht oder Catcher the Flag spielt, sondern es geht darum, dass man tüftelt, dass man aus Alten Neues macht, dass man unterschiedliche Möglichkeiten findet, mit Technik umzugehen und dass man eigene Projektideen umsetzt. Das ist das, was wir uns unter Hacking vorstellen und vor allen Dingen natürlich auch ganz viele blinkende Lichter. Die sind natürlich super wichtig, auch für uns. Wie gesagt, nicht Catcher the Flag, nicht in Systeme einbrechen. Das ist nicht das, was wir mit Hacking meinen. Damit jetzt auch zu dem Punkt, was kann man denn dann für YouPacking for Freedom hacken? Naja, eigentlich kann man alles umsetzen als Projektidee. Es ist alles möglich, jede Idee, die irgendwie aus Zusammenarbeit kommt, die als Einzelarbeit kommt. Wir haben keine Limitationen, bis auf, dass es doch am Ende bitte freie Software sein soll. Das heißt, es soll unter einer freien und Open-Source-Software-Lizenz veröffentlicht werden. Es soll anderen wieder zugänglich gemacht werden damit. Das heißt, es können die anderen wieder nutzen, verstehen, verbessern und teilen. Und das ist das einzige Requirement für die ganzen Projekte, die man bei uns umsetzen kann. Spricht aber nicht dagegen, dass man Hardware-Projekte macht. Hatten wir auch schon, da komme ich auch später nochmal dazu, wenn ich euch ein bisschen was darüber erzähle, was für Projekte, die bereits umgesetzt wurden, solange ein Stückchen Code mit dabei ist. Das muss noch nicht mal viel sein. Genau, dann zu dem Punkt und zu der Frage, wer kann denn überhaupt teilnehmen? Ich sehe jetzt schon ein paar Gesichter, die sind leider nicht mehr ganz in dieser Altersklasse drinnen. Es gibt aber ja auch einige, die vielleicht trotzdem noch reinfallen oder die man auch kennt. An Schulen und sonst wo. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. Ändert sich natürlich auch mit dem Jahr, in dem der Wettbewerb stattfindet. Das heißt, 2021 konnten auch Leute teilnehmen, die dieses Jahr leider nicht mehr teilnehmen können, weil sie einfach schon wieder ausgefallen sind. Von der Altersklasse, das Wichtige für uns ist, die müssen irgendwie aus Europa kommen oder da leben. Das heißt nicht, dass man eine europäische Citizenship braucht, also man muss nicht Staatsbürger sein, sondern einfach nur in Europa leben. Und wir beschränken es auch nicht auf die EU, das wollte ich auch nochmal an dieser Stelle hervorheben, sondern wirklich ganz Europa. Ja, das sind die Menschen, die bei uns teilnehmen können und die, wie gesagt, einfach eine Projektidee, die sie haben, umsetzen können. Wie das Ganze abläuft, dazu kommen wir jetzt. Es gibt vier Phasen, die Registrierung, Coding, Evaluation, Preise und Zeremonien. Ich stelle euch die ganz kurz vor und sage vor allen Dingen auch, was man in jeder Phase einmal durchläuft und durchmachen muss. Und danach komme ich nochmal dazu, was es an Projekten bereits gab. In der ersten Phase gerade sind wir in der zweiten, da sage ich auch nochmal ein paar Worte und dann gebe ich noch einen kleinen Ausblick. Damit fangen wir auch schon an, die Registrierung. Super easy, einfach auf youfackingfreedom.org gehen und sich anmelden. Ganz wichtig an dieser Stelle auch, man braucht noch keine Projektidee. Also du kannst dich anmelden, du kannst einfach einmal ausfüllen, das Formular einmal ausfüllen, dich eintragen und du musst noch gar keine Projektidee haben. Damit bist du bei uns im Ticketsystem vermerkt, du kriegst eine Mail darüber und hast dich sozusagen schon mal für den Wettbewerb angemeldet. Das ist die einfachste Aufgabe von allen. Danach kommen wir nämlich zum Coding. Beim Coding ist es auch erstmal ein ganz einfacher Einstieg. Wir haben ein Opening-Event, wo wir alle Informationen nochmal geben. So ein bisschen das, was ich jetzt gerade auch schon mache. Und ja, wo ihr schon mal einander kennenlernen könnt, wo die ganzen Jugendlichen sich schon mal sehen und auch vor allen Dingen uns sehen und schon mal die ersten Fragen auch geklärt werden können. Genau, da hatten wir auch jetzt diesmal schon eine Input-Session gleich mit dabei und haben alles schon mal zur freien Software geklärt und vor allen Dingen auch, wie man Projekte lizenziert. Sprich, ihr seid mit keinem Schritt allein, sondern wir unterstützen euch wirklich so weit, wie es geht. Das Time-Frame fürs Coding, das heißt, nachdem das Opening-Event stattgefunden hat, beziehungsweise schon währenddessen, ist fünf bis sechs Monate im Schnitt und in der Zeit müsst ihr eine Projektleitung finden. Das heißt, Brainstorming, die Idee auch zeitlich geplant umsetzen. Ihr müsst uns die nicht unbedingt mitteilen. Ihr seid da wirklich frei. Ihr könnt auch unterwegs nochmal wechseln, wenn ihr sagt, das hat nicht ganz gepasst. Wichtig ist nur, dass ihr am Ende was abgebt. Es muss auch noch nicht mal ein fertiges Projekt sein. Denn fertig ist ein Projekt so oder so nie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Softwareprojekt umgesetzt habt oder daran gearbeitet habt. Es gibt immer was zu tun. Genau. Und dann geht es eigentlich auch schon vollkommen los mit dem Coding. Und Dokumentation. Bitte vergesst nicht zu dokumentieren, was ihr gemacht habt, was andere gemacht haben und wie alles funktioniert. Dafür haben wir auch Manfred Calls, in denen ihr euch zusammenfindet, wo wir Input Sessions vorbereiten. Wie gesagt, wir hatten Legal Licensing schon als Thema. Wir hatten schon Git als Thema. Der Financial Supporter von New Hacking for Freedom hat gesprochen. Der hatte nämlich, also Reinhard Wiesemann, der hatte auch so einen Jugend-Hacking-Wettbewerb mal gewonnen. Und das hat sein Leben ganz schön verändert. Und deswegen hat er das auch ein bisschen so angeleiert. Und der hat ein bisschen darüber gesprochen, was man daraus alles machen kann, wenn man so einen Wettbewerb gewinnt. Und nach der ganzen Input-Session haben wir immer noch Raum für Fragen, damit ihr alle eure Fragen loswerden könnt. Und es gibt Breakout-Rooms, in denen die Jugendlichen miteinander nochmal einzeln sprechen können. Ihr seid dann zu zweit oder zu dritt in einem Raum, könnt euch austauschen. Mit Jugendlichen aus ganz Europa im Endeffekt. Das heißt, ein bisschen Englisch ist schon von Vorteil, ist aber kein Requirement. Wir helfen auch da, soweit wie wir können. Aber wenn ihr mit Leuten aus Frankreich reden wollt oder aus Spanien, kann es schon hilfreich sein, wenn ihr eine gemeinsame Sprache findet. Es macht auf jeden Fall viel Spaß und es ist auch für die Jugendlichen immer toll, weil die wollen am Ende immer, dass ich die Zeit für diese Breakout-Rooms nochmal verlängere. Und ja, es gibt mir auch sehr viel und es macht mir auch sehr viel Freude, das zu sehen. Soviel zu den Munchi-Calls, an denen man nicht teilnehmen muss, an denen man teilnehmen kann, die einfach euch ein bisschen durch diese Coding-Zeit bringen, die ja schon ganz schön lang ist, mit fünf bis sechs Monaten. Nochmal ganz kurz zu dem Punkt, was wir nicht können. Wir können euch leider nicht dabei helfen, euer Projekt zu programmieren. Das müsst ihr schon selbst machen. Wir können euch auch nicht sagen, ob eure Projektidee eine gute Projektidee ist oder nicht. Das kann nur die Jury am Ende beurteilen. Das ist nicht so ganz unsere Aufgabe. Wir können euch aber super gerne dabei helfen, eine Projektidee zu finden. Und wir geben natürlich immer gerne Input zu Legal & Licensing Questions. Wir versuchen euch so motiviert, wie es geht, durch diese Phase zu bringen. Aber das Allerwichtigste für uns ist, dass wir alle Spaß haben und dass auch ihr dabei was lernt, dass ihr Spaß habt, dass ihr was mitnehmt. Denn es ist nicht nur was, was ihr innerhalb von fünf bis sechs Monaten einmal abgearbeitet habt, sondern die Jugendlichen von der ersten Periode stehen auch teilweise noch in Kontakt. Es ist einfach wirklich was, was schön ist und was einem auch ein ganzes Netzwerk über Europa hinaus gibt. Sorry, über Deutschland hinaus. Genau, dann auch schon zu dem nächsten Punkt und zu einer fast abschließenden Phase, zumindest für diejenigen, die dann leider nicht unter den Gewinnern sind. Wer evaluiert den ganzen Projekt? Dafür haben wir eine Jury. Diese Jury besteht aus Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Feldern. Es gibt Leute bei uns, die freie Softwareprojekte leiten. Es gibt Maintainer von freien Softwareprojekten, sprich diejenigen, die den ganzen Code für die schreiben, die einfach hauptverantwortlich sind. Zum Beispiel Marvin von Micro G ist mit in der Jury dabei. Es gibt aber auch welche, die aus dem akademischen Feld kommen, die an Universitäten unterrichten und die auch mit bei uns in der Jury sitzen. Es gibt auch Leute, die einfach im Softwarefeld arbeiten und in ihrem Bereich Expertinnen und Experten sind. Zu diesen ganzen Leuten, nicht auf allen auf einmal, sondern immer so zwei bis drei Stück, müsst ihr am Ende euer Projekt vorstellen. Das heißt, ihr reicht uns euer Projekt ein. Ob es jetzt fertig ist oder nicht, ist dabei, wie gesagt, nicht der einzige Punkt, sondern es geht auch um Kreativität. Und ja, dann präsentiert ihr das der Jury. Und die Jury hat vielleicht Fragen an euch, die ihr dann auch besser beantworten könntet eventuell, damit die auch einen Eindruck davon haben, wie euer Projekt funktioniert. An der Stelle noch ganz kurz. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist eigentlich fast wie in der Schule, wenn man in der Schule einen Talk hält oder wenn man hier einen Vortrag hält. Es ist wirklich sehr easy. Die Leute sind super freundlich, geben sich auch sehr viel Mühe und sind, ja, approachable, würde man im Englischen sagen. Und am Ende teilt uns diese Jury mit, wer gewonnen hat. Für die ersten Plätze, also es gibt sechs Gewinner insgesamt. Für den ersten Platz gibt es 4.096 Euro. Für den zweiten Platz gibt es 2.048 Euro. Und für den dritten bis sechsten Platz gibt es je, also pro Platz, 1.024 Euro. Genau. Die ersten drei sind sozusagen auch die, also einmal erster, zweiter und dritter Platz. Und dann gibt es noch drei Special Awards, auf die man eine Möglichkeit hat, zu kommen. Das heißt, es ist nicht der vierte, fünfte und sechste Platz, sondern es ist dann zum Beispiel der jüngste Hacker, der daran teilgenommen hat. Das heißt, wir versuchen auch, diese Altersspanne von 14 bis 18 Jahren gerecht zu werden. Weil natürlich ist jemand, der mit 14 Jahren was programmiert, hat ein ganz anderes Skill-Level als jemand, der schon 18 ist. Das ist uns auch bewusst und das ist auch der Jury bewusst. Und das bedenken wir auch bei dem ganzen Projekt. Ja, soviel dazu. Ich weiß, dass das für sehr viele sehr relevant ist, wie viel Geld es dabei gibt. Dann gibt es auch eine Zeremonie, weil diese ganze Preissachen und alles, das wird natürlich nicht einfach überwiesen und dann ist es vorbei, sondern wir haben ein Event in Brüssel in Person, wo alle GewinnerInnen und Gewinner eingeladen sind, wo auch Menschen von der Jury mit dabei sind. Und das ist ein Wochenendtrip im Oktober. Und natürlich muss sich niemand um irgendwas kümmern. Wir organisieren alles, außer die Anreise und die Rückreise. Wir bezahlen sie für Zweitklassertickets, aber wir können sie nicht auch noch für euch buchen, sondern ihr müsst schon, das ist der einzige Punkt, den man sozusagen für dieses ganze Wochenende aufwenden muss. Aber Hotel und alles andere ist bei uns mit organisiert. Am ersten Tag gibt es Networking-Möglichkeiten, sodass ihr einander kennenlernt. Und ja, Citytour in Brüssel. Und natürlich ganz, ganz, ganz viel Essen. Ja. Und dann noch zu dem zweiten Tag, wo dann die Zeremonie stattfindet. An dem Tag haben wir noch ein paar Präsentationen von den ganzen GewinnerInnen und Gewinnern. Und wir freuen uns dann immer sehr darüber, nochmal zu sehen, was gemacht wurde. Es ist ein wahnsinnig bewegender Moment, wenn man in diesem Raum drin sitzt und nochmal hört, was die Leute sich ausgedacht haben, wie die Leute es umgesetzt haben, und wo sie auch mal gestruggelt haben und wie sie es am Ende dann doch alles geschafft haben. Genau. Und dann wird Preise und Geld verdienen. Und in case you were wondering, es gibt auch noch mehr Essen. Jetzt nochmal zu den Menschen hinter dem ganzen Projekt. So, das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Reinhard Wiesemann ist der Supporter des Projekts auf einer finanziellen Ebene. Und wir als Free Software Foundation Europe organisieren das Ganze. Reinhard Wiesemann ist ein sozialer Unternehmer oder Social Entrepreneur, wäre das schöne englische Wort dafür. Der hat ganz viele eigene Projekte, der hat selbst mal so einen Wettbewerb gewonnen, was ihn in diese Möglichkeit versetzt hat, auch sehr viel aus seinem Leben herauszuholen und was er auch gerne wieder zurückgeben möchte. Deswegen hat er dann mit Matthias Kirschner, dem Präsidenten der FSFE, gesprochen und beide fanden es eine super coole Idee. Matthias hat auch hier dieses Buch Adder und Zangemann für alle Kinder geschrieben, das draußen auf dem FSFE-Stand liegt. Falls ihr euch das nochmal anschauen wollt. Und ja, beide fanden es eine coole Idee, dass Jugendliche auch nochmal was hacken sollten und nicht nur Bücher lesen. Und schwupsi-wups, You're Packing for Freedom was born. Und seitdem machen wir als Free Software Foundation Europe den organisatorischen Teil. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, empowers users to control technology. Und ja, wir organisieren diesen Contest. Im Kleinen heißt das vor allen Dingen Alexander Sander, FSFE Senior Policy Consultant und meine Wenigkeit Bonnie Mehring. Ja, das sind so die Menschen hinter You Packing for Freedom und vor allen Dingen Alex und ich stehen euch auch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Dann komme ich auch schon zu dem Teil, bisherige Editions. So, wir sind gerade im zweiten Durchlauf. Es gab schon mal einen Durchlauf 2021 und 2022. Da hatten wir 35 wundervolle einzelne Projekte, die eingereicht wurden. Von denen gab es leider nur sechs Gewinner. Das war auch für die Jury gar nicht so leicht, das auszuwählen. Und damit ihr ein bisschen eine Vorstellung davon habt, was für You Packing for Freedom eingereicht wird, was für Ideen die Leute haben, stelle ich euch jetzt noch mal kurz ein paar Projekte vor. Die sechs Gewinner. Der erste Preis war SignTrack. SignTrack ist ein Tool, das von jungen Menschen entwickelt wurde, das Zeichensprache in geschriebenen Text verwandelt. Das ist ein neuronales Netzwerk. Das hat er selbst trainiert und hat halt zum Beispiel Danke dann als Zeichen tausendmal mit dem trainiert und dann steht es am Ende auf Englisch als Text unten drunter. Auf die Idee kam er, weil er eine Zeichensprachenunterrichtseinheit in seiner Schule hatte. Und ja, es kann nicht jeder Zeichensprache. Deswegen kam so diese Idee zustande. Das war der erste Preis von 2021 und 2022. Der zweite Preis ging an Smart Table Assistant, wo wir auch ein bisschen wieder bei Hardware sind. Das war nämlich ein Roboter aus dem 3D-Drucker. Das hat jemand gemacht, dessen Mutter ja von der Hüfte an runterwärts gelähmt war aufgrund eines Unfalls. Und der hat sich gedacht, das ist ja für meine Mama super anstrengend, dass ich ihr immer das Essen bringen muss, dass ich ihr immer jede Flasche bringen muss. Also hat er einen Roboter gebastelt, den seine Mama steuern kann mit so einem Tool, der ihr das Essen anfährt. Dann kann sie das oben auch aus so einem Korb wieder rausnehmen und in die Spülmaschine verräumen, wo unten eine Wasserflasche verstaut ist. Und natürlich auch ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, er blinkt auch ganz viel. Er hat auch einen Disco-Mode, wo man dann auch ein bisschen Musik abspielen kann. Das war der zweite Preis. Das ist sozusagen ein smarter Tisch, der dir beim Essen hilft. Und dann der dritte Preis ging an Aspenwall. Aspenwall ist ein persönlicher Assistent. Du kannst damit alte und neue Devices sozusagen in einen ganz persönlichen Assistenten für dich verwandeln. Du hast Wittes, die du customizen kannst, wo du auch neue hinzufügen kannst. Das stellt die Notifications aus. Du hast eine To-Do-Liste, die du siehst. Du kannst dich ganz auf Aufgaben konzentrieren, die du erledigen musst. Und das war der dritte Preis. Und dann gab es, wie gesagt, noch die drei Special Awards. Einmal für Music Companion. Eine App, die dir geholfen hat, dich zum ersten Mal mit Musik in Verbindung zu bringen. Und Shareic, das kennen vielleicht einige von euch von GitHub. Das hat nämlich wahnsinnig viele Sternchen. Ein File-Sharing-Tool und Libra Homework. Ja, was im Endeffekt dir dann mal geholfen hat, deine Hausaufgaben besser zu erledigen und besser zu organisieren. Ich glaube, das ist wahnsinnig relevant für alle Kinder, die noch in die Schule gehen. Ich finde es ein cooles Tool. Ich glaube, sehr viele Kinder konnten damit sprechen. Ja, können sich damit wahrscheinlich verbinden, dass es manchmal nicht ganz so leicht ist, dir alles unter einen Hut zu bekommen. Mit Sport, Hausaufgaben, Freundeskreis. Ja, und das Tool wurde von einem Jugendlichen entwickelt, dem seine Freunde, haben ihm auch noch alle dabei geholfen, das zu übersetzen in ganz viele unterschiedliche Sprachen. Und ja, falls ihr damit struggelt, eure Hausaufgaben zielstrebig zu erledigen, würde ich euch dieses Tool empfehlen. Das waren so die sechs Winner-Projekte bei YouFacking for Freedom. Es ist uns aber auch wichtig, den ganzen anderen Projekten, die dabei waren, Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Aufgrund dessen haben wir nicht nur mit den ganzen GewinnerInnen und Gewinnern Interviews geführt, welche wir auf unserer Webseite veröffentlichen, welche wir in den sozialen Medien teilen und welche auch teilweise von anderen Zeitungen wieder aufgegriffen wurden. Zum Beispiel Heiser hatte auch ein Interview mit dem Gewinner und hier dem Menschen hinter Seintrack. Sondern wir haben auch noch Interviews geführt mit einigen anderen, die sich dazu bereit erklärt haben und die auch Projekte eingereicht haben. Es ist uns wichtig, nochmal an dieser Stelle auch hervorzuheben, dass wir jedes Projekt super schön finden, dass wir es super toll finden, dass Jugendliche sich hinsetzen, was umsetzen und ja, was zur freien Software-Universe sozusagen beitragen und eigene Ideen verwirklichen. Dazu gehört zum einen Onion Sprout Spot, ist auch auf der offenen, offiziellen Tor-Seite mit verlinkt. Das ist die Möglichkeit, sich Tor über Telegram zu installieren. Da gab es neulich ein Interview mit ihm. Er fand Telegram schon auch eine fragwürdige Entscheidung, falls ihr euch das gerade fragt, ist aber einfach aus pragmatischen Gründen so gewachsen. Du hast ein super Handy-Menü, wo du, also ganz nützlich ist, wo du einfach anklickst, welche Sprache du möchtest und ja, dann leitet dich das sozusagen durch den Download-Prozess des Tor-Browsers. Dann gab es Star by Black, was ein Online-Piano war und was ja auch noch was über Musiktheorie beigebracht hat und über Akkorde, was war auch sehr spannend und sehr schön. Dann etwas, was vielleicht ganz viele von euch auch anspricht, OpenCV Hand Guest Check Control. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einen Film schaut und auf einmal kommt jemand rein, unterbricht einen, fängt einfach das Reden an und man muss sich auch noch bewegen und den Film pausieren. Damit musst du das nicht mehr machen, sondern du machst das mit einer Handbewegung. Das heißt, du musst noch nicht mal mehr nach deiner Maus greifen. Hat er ja auch eigenständig trainiert, genau. Kann man auch, ja, diverse Shortcuts einfach mit einfügen. Ist ein super schönes Tool dafür, wenn man seinen PC oder auch andere technische Geräte mit Handgesten kontrollieren möchte. Dann das Dynamic Menu Insert Comments, hatte leider keinen richtigen Namen. Ich wusste nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Dynamische Menus, sowas wie zum Beispiel D-Menu oder B-Menu, was ja ein Fock von D-Menu ist. Da muss man ja immer erstmal oben in der Zeile den Terminal aufrufen. Dann kann man da einen Command im Terminal ausführen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann man zum Beispiel, ja, get it und dann irgendeinen Dokumentnamen oder wie auch immer dein Editor heißen mag, im Dynamic Manual aufrufen und dann den Command sozusagen gleich ausführen. Das war ein kleineres Tool, das auch umgesetzt wurde. Und dann noch ein anderes, das ich ganz gerne kurz erwähnen würde. Das ist eine kleine Presence. Darum ging es dabei, dass man ja über das ganze Jahr verteilt immer wieder Geschenkideen hat und diese dann sich einfach einträgt in die App. Das sehen deine ganzen Familien und Freunde. Und voila, zu Christmas Eve oder Weihnachten hast du das Klavierbuch, das du dir gewünscht hast. Ja, das sind so die Projekte, die umgesetzt wurden, mit denen wir auch schon Interviews geführt haben. Es gibt natürlich noch ganz viele mehr. Es ist nur eine kleine Auswahl. Es kommen auch noch mehr Interviews raus. Und ja, wie gesagt, es waren so um die 35 Projekte für den ersten Durchgang. Jetzt gerade befinden wir, das hatte ich auch schon gesagt, genau, es ist uns wichtig, allen Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Jetzt gerade befinden wir uns in der zweiten Runde und sind da mitten in der Coding-Phase. Es sind noch zwei Monate übrig bis zum 30. Juni. Und dann werden wir sehen, wie viele Projekte wir dieses Jahr haben. Ich weiß von 20, dass sie sich in irgendeinem Status befinden. Manche mit noch einer etwas längeren To-Do-Liste. Andere haben mich schon gefragt, wie sie dann ihr Projekt abgeben können. Das heißt, wir sind mitten dabei und ich bin richtig gespannt, was noch alles rauskommt, was dieses Mal für neue Projekte und neue Projektideen dabei sind. Und ja, was einfach alles umgesetzt wird. Dann findet im Oktober die Awards Ceremony statt. Und danach geben wir Infos raus zur dritten Edition, für die ich euch jetzt alle gerne nochmal begeistern möchte. Bei Youth Hacking for Freedom geht es vor allen Dingen, wie gesagt, darum, dass wir Spaß haben, dass wir gemeinsam an euren einzelnen Projekten ein bisschen arbeiten. Das heißt, wir versuchen euch so weit, wie es geht, zu unterstützen. Wir stehen für jede Frage offen und freuen uns einfach darüber, dass Jugendliche so tolle Ideen haben und so viel zu einer freien Softwarewelt beitragen. Und es ist wirklich inspirierend und schön zu sehen, was aus diesen ganzen Köpfen heraus entsteht. Und wie viele Projekte umgesetzt werden, wie viele unterschiedliche Projekte es auch gibt. Und ja, es ist einfach toll zu merken, was Jugendliche können, wenn man ihnen diesen Raum eben dafür gibt. Genau, deswegen habt doch gerne ein Auge offen für Youth Hacking for Freedom und die dritte Edition. Falls ihr jetzt sagt, wir haben schon ein Projekt, wir können das auch innerhalb von zwei Monaten machen, könnt ihr auch gerne nochmal auf mich zukommen. Und ansonsten seht ihr Ende des Jahres, beziehungsweise ab Oktober auf jeden Fall die neuen Informationen für die dritte Runde. Und ich freue mich sehr darauf, einige von euch unter den Anmeldungen wiederzusehen. Danke fürs Zuhören. Und ich war ein bisschen schneller als der Vortrag davor. Habt ihr Fragen? Ja. Du musst kennzeichnen, was du während der Coding-Period des Youth Hacking for Freedom Wettbewerbs gemacht hast. Du kannst das, was du bereits davor gemacht hast, natürlich kannst du darauf aufbauen. Haben auch einige gemacht, wichtig ist für uns, dass wir sehen, was du während dieser Zeit gemacht hast. Ja, du kannst auch mit anderen kollaborieren. Das heißt, du kannst auch in einem Team was machen. Wenn ihr allerdings gewinnt, müsst ihr euch das Geld teilen. Also es gibt für die Projekte Geld, es gibt nicht für jede einzelne Person. Weitere Fragen? Wir haben noch Zeit. Kommen die meisten ohne Projektidee oder die meisten mit Projektidee? Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube schon, einige haben eine Projektidee und das ist auch das, was mir in den Interviews gesagt wurde. Viele haben es dann als Möglichkeit genutzt, mal was umzusetzen. Was sie schon länger auf ihrem Schreibtisch oder als Idee in ihrem Kopf hatten. Ich glaube, es gibt aber auch einige zumindest so aus den Gesprächen heraus mit den Jugendlichen, die einfach noch gar keine Idee haben und die dann auch wirklich ein bisschen damit struggeln. Gerade weil es halt so offen ist und weil es so wenig Richtlinien dafür gibt, was für Projektideen man umsetzen kann. Ich würde dazu immer empfehlen, sich einmal die eigenen Hobbys anzuschauen, was man dann ganz gut auch für sich selbst gebrauchen könnte. Ob es jetzt ein Fußpedal ist, das einen automatisch mutet oder unmutet, gerade in Zeiten von Webkonferenzen. Oder genau, ob es halt wie gesagt so eine App ist wie Presence Music Companion oder weiteres. Also es ist halt immer, ja, es ist wirklich schwierig und das ist uns auch bewusst. Deswegen haben wir auch dieses Mal wirklich versucht, auch nochmal eine Input-Session dazu zu machen mit Projekten und wo wir halt auch vorgestellt haben, was es für Projekte gab, wo wir auch, ja, gerade nochmal auch über die Gewinnerprojekte und deswegen haben wir auch versucht, das mit diesen Interviews immer mit der Mantra Koltz nochmal zu sagen, schaut doch mal, wenn ihr noch keine Idee habt, schreibt uns. Wir setzen uns wirklich auch gerne mit euch in zwei Ersachen zusammen und reden einfach mal darüber, was ihr für grobe Vorstellungen habt. Und ja, es muss auch am Ende nicht der perfekte Code sein. Es gibt mehr Kriterien bei Youth Hacking for Freedom als Code. Es geht auch um Kreativität, es geht auch darum, wie gut dokumentiert es ist. Ich bin leider nicht in der Schere, das gucken wir. Aber ja, also gerade für die Projektsachen stehen wir wirklich auch mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns da auch zu unterstützen. Nichtsdestotrotz ist uns natürlich bewusst, dass es gar nicht so leicht ist, eine Projektidee zu entwickeln. Ja, das ist das Schwierigste eigentlich, ja. Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Genau. Aber genau, deswegen versuchen wir das halt auch mit den monatlichen Treffen wieder so ein bisschen auszugleichen. Wir haben auch einen Matrixraum, wo gerade auch am Anfang andere dann nach Teammitgliedern gesucht haben und reingeschrieben haben, hi, ich suche noch jemanden. Und das ist auch so toll, dass sich einfach so gegenseitig immer unterstützt wird. Da fragt einer zum Beispiel danach, ah, wie kann ich denn am besten Übersetzungen einbinden? Und dann antwortet der Nächste drauf und sagt, ah, und ich kann das auch für dich außerdem noch in Dänisch übersetzen. Und das ist so, okay, cool. Das ist einfach richtig schön, weil das so, das ist wirklich ein Netzwerk an Jugendlichen aus ganz Europa, die sich so zusammenfinden und das ist auch einfach was, was einem ja auch selbst viel gibt. So, gerade in den Zeiten, wo man da auch eigentlich so schnell im Kontakt sein kann und dann aber ja trotzdem oft auf den eigenen Kreis um sich herum so begrenzt. Das macht das natürlich auch Spaß, jemanden in Spanien kennenzulernen. Kann auch hilfreich sein für den Urlaub. Noch weitere Fragen? Wir haben uns dazu, wenn wir keine Frage haben, was ist der Hauptkanal, wie er die Jugendlichen erreicht? Wir wenden uns hauptsächlich an Schulen. An Schulen, oder? Genau, das ist zumindest das, was wir bisher immer gemacht haben. Jetzt habe ich halt das allererste Talk darüber, den ich gemacht habe. Und ja, wir versuchen uns halt so weit, wie es geht. So ist es natürlich, sind wir halt als Free Software Foundation Europe, die halt eigentlich Kampagnen und Policy-Arbeiten mag. Wir haben eine ganz andere Zielgruppe. Und das ist für uns jetzt natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung und spannend, da neue Wege zu gehen. Ja, weil die Schulen sind ja auch nicht immer ganz einfach zu erreichen. Es gibt Zusammenschlüsse und dann die wenden wir uns dann in den einzelnen Ländern. Wir schreiben jetzt nicht jede einzelne Schule an. Das ist auch was, was wir organisatorisch wäre. Das ist ja für uns ganz schön viel Aufgabe, für jedes Land in Europa an der Schule rauszufinden. Genau, ja. Ich komme ein bisschen zu spät, um kluge Fragen zu steinern. Alles gut. Ich glaube, es ist auch Versuche mit Flüchtlingsheimen. Vorher haben wir uns tatsächlich jetzt nicht explizit dran gewandt. Ist aber auch auf jeden Fall eine Idee. Sondern wir haben es halt, wie gesagt, hauptsächlich über Schulen versucht. Und ja, aber es ist ein guter Punkt. Kann man mal mit aufnehmen. Danke. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten stehe ich auch draußen bei der Free Software Foundation Europe am Stand. Ich wollte es gerade sagen, ihr habt ja im Stand. Wir haben einen Stand. Und da haben wir auch ein bisschen Werbematerial rumliegen, falls ihr Lust habt, auf Sticker und aus Karten. Und ja, kommt einfach vorbei. Ihr könnt mich auch bis 17 Uhr alles Mögliche fragen. Dann würde ich mich langsam verabschieden. Alles klar, danke dir, Bonnie. Danke.